...geht es nach unten. Repton startet als erster. Hier kommt auch schon Juno. Und Wallaby hilft aus der Luft. Gut gemacht. Feuerwehrmann Sam. Nur von Simba. Alarm! Es kommt ein Notruf an. Jupiter erreicht den Einsatzort als erster. Wallaby hilft aus der Luft. Und hier kommt Phoenix. Ein neues Fahrzeug. Mit dem Kran von Phoenix kannst du das Pferd retten. Feuerwehrmann Sam. Nur von Simba. Kannst du Feuerwehrmann Sam beim Feuerlöschen helfen? Alarm in der Feuerwehrstation. Schnell die Stange nach unten rutschen und in das Feuerwehrauto Jupiter steigen. Mit Blaulicht geht es zum Brand. Um das Feuer zu löschen, musst du den gelben Knopf drücken. Wasser Marsch! Feuerwehrmann Sam, Station und Jupiter. Nur von Simba. Alarm! Es kommt ein Notruf an. Bist du bereit für den Einsatz mit Feuerwehrmann Sam? Mit den Wasserspritzpistolen warten tolle Abenteuer und jede Menge Spaß auf dich. Neu! Das Flugspiel Wallaby. Schiebt man am Seilzug, hebt der Helikopter kurz ab. Feuerwehrmann Sam. Nur von Simba. Feuerwehrmann Sam. Helden im Sturm. Der erfolgreiche Kinofilm ist ab sofort auf DVD, Blu-Ray und Hörspiel-CD erhältlich. Ein Hurricane bedroht das kleine Küstenstädchen. Zum Glück gibt es Feuerwehrmann Sam. Ein Tag nicht jeder andere in Portipendi. Auf ins spannende Abenteuer mit Feuerwehrmann Sam. Helden im Sturm. Jetzt überall erhältlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Vielen Dank.